Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich Willkommen zu Vokal Total 2018! Ich liebe Vokal Total in Graz. Ich liebe jedes Jahr zurück. Wir werden jedes Jahr zurück. Denn Graz ist eine wunderbare Stadt. Dann Graz, Vokal Total. Die Vokal Total ist eine fantastische Vokal Total. Mit so vielen schönen Leuten, großen Singen, großen Gruppen und eine fantastische Staff. Die Crew, die ich alle liebe. Ich liebe sie immer, immer zu Graz. Das ist mein Jahresurlaub. Jedes Jahr. Wir waren das erste Mal 2006 hier und ich habe tatsächlich nach einem Jahr Vokalmusik hier eigentlich meine allerersten Gehversuche gemacht. Und inzwischen bin ich so eine Art Graz-Tourist. Die Stadt ist wunderschön und es treffen viele Bands aufeinander. Und das Essen ist ja Wahnsinn, wie man sagen würde. Und die Atmosphäre, obwohl es ein Wettbewerb ist, irgendwie sehr, sehr freundlich und kollegial ist. Und die Bands eigentlich mehr mit der Eigenschaft als Begegnungsstätte herkommen. Anstatt dass sie sich jetzt irgendwie versuchen auszustechen. Die Pumpe von mir, seit 10 Jahren, erzählt mir, wie toll das Festival ist. Hängt in meinen Ohren, muss da unbedingt mitkommen. So tolle Menschen, so tolle Bands, geile Stadt. Und dann habe ich gesagt, okay, dieses Mal komme ich heute. Graz ist einfach echt ein total schönes Festival. Erstmal ist die Stadt unglaublich cool. Es ist total schön einfach in Graz zu sein und diese Stimmung hier, dieses Flair mitzuerleben. Und das Festival Vokal Total ist wirklich, ich finde, eines der familiärsten, die es so gibt. Es kommen oft Bands wieder, die man schon vor ein paar Jahren gesehen hat. Und dann ist es unglaublich schön, sich immer wieder auszutauschen. Es ist toll, dass es drei, vier Tage geht. Und man hat also richtig viel Zeit, sich mit anderen zu connecten. Und ja, die Location ist geil im Dom, im Berg. Es ist einfach echt ein total schönes Festival. Das ist mein erster Kontakt zur Capella Musik. Vor Jahrzehnten war ich da. Und jetzt bin ich immer wieder da und ich mache da Urlaub quasi. Und das ist einfach eine Werder-Location. Und es kommen extrem viele Leute. Zum Beispiel Freunde aus Deutschland, die sonst vielleicht nicht noch Graz kommen wollten. Und das ist einfach ein Wahnsinn. Und für das bin ich froh, dass ich da bin. Diese Stadt ist einfach wunderschön. Es gibt unglaublich tolles Essen. Und warum Vokal Total? Es ist einfach ein Familientreffen hier. Und dieses Festival sollte jeder mal gesehen haben. Ja, bei Vokal Total ist die Stimmung einfach total cool. Also es ist überhaupt nicht das Gefühl von einer Band-Konkurrenz. Sondern man begegnet sich. Man hat Konzerte zusammen. Man trifft sich in Workshops und immer wieder auf dem Festivalgelände. Und es ist einfach der Hammer, wie man da in Kontakt kommt. Und dazu ist halt die Stadt noch mega schön. Es ist einfach so ein tolles Flair, so eine tolle Atmosphäre. Einfach einmalig. Einfach geil. Supergeile Atmosphäre. Supertolle Leute. Wie eine große Family. Und das hat man nicht oft. Also, dass man viele Leute aus der A Cappella-Szene kennenlernt. Und mit denen zusammen eigentlich eine riesen Party über ein paar Tage veröffnet. Vokal Total. Wenn du es hier machst, kannst du es überall machen. Bis zum nächsten Jahr. Ich atme A Cappella Musik. Ich atme sie. Egal, ich schneide eh. Du schneidest eh. Du sagst immer, du schneidest. Und hinterher schneidest es dann doch nicht. Das hat die Nena auch gesagt. So.